Der US-amerikanische Journalist Gonzalo Lira ist tot. Er starb in ukrainischer Haft. Hier sind die letzten Tweets, die er vor fast einem halben Jahr auf Twitter am 1. August 2023 geschrieben hatte. Er schrieb damals, dass er aus der Ukraine ausreisen würde und versuchen würde, politisches Asyl in Ungarn zu beantragen. Er beschreibt in diesem Twitter-Thread, den ich euch hier einblende, wie er in der Ukraine in Untersuchungshaft gesteckt wurde für seine kritischen YouTube-Videos gegenüber der ukrainischen Regierung, dort gefoltert und ausgeraubt wurde und wie er jetzt auf freien Fuß gesetzt wurde. Ja, wie gesagt, das war das letzte Mal, dass er dann auf freiem Fuß war, um halt aus der Ukraine auszureisen und Asyl in Ungarn zu beantragen. Das ist ihm allerdings nicht gelungen. Sein damaliger Thread, ich zeige euch das hier auch nochmal kurz, endete mit Falls ihr nichts mehr von mir in den nächsten zwölf Stunden hört, bin ich auf dem Weg in ein Arbeitslager, wünscht mir viel Glück. Naja, und ich hatte es gerade schon gesagt, das sind die letzten Tweets, die er auf dieser Plattform verfasst hatte. Man hat danach nichts mehr von ihm selbst gehört, sondern nur noch von der Ukraine mitgeteilt bekommen, dass er verhaftet wurde. Jetzt hat sein Vater, wenn ich das richtig gelesen habe, mitgeteilt, dass er im ukrainischen Gefängnis an Lungenentzündung gestorben ist. Ich habe euch hier mal einen Artikel von TKP mitgebracht, der mehr oder weniger diesen Fall nochmal kurz zusammenfasst. Wir gehen den jetzt nochmal gemeinsam durch. Umgebracht für Journalismus. Gonzalo Lira ist tot, von Thomas Eusmüller. Der chilenische Journalist, der US-amerikanisch-chilenische Journalist Gonzalo Lira ist in der Ukraine in einem Gefängnis gestorben. Er war aufgrund seiner Berichterstattung im Frühjahr 2023 festgenommen worden. Da wurde er erstmals festgenommen. Wie gesagt, seine letzten Tweets, ich hatte es euch gerade gezeigt, waren aus dem August 2023. Und seitdem befand er sich, seitdem er wieder festgenommen wurde. Er hatte versucht, aus der Ukraine auszureisen. Das ist ihm leider nicht gelungen. Der US-amerikanische Journalist Gonzalo Lira ist im Gefängnis in der Ukraine verstorben. Er war aufgrund seiner kiewkritischen Berichterstattung, die er aus der ukrainischen Stadt Charkiv via YouTube in die Welt gebracht hatte, verhaftet worden. Sein Tod wurde bereits vom US-Außenministerium bestätigt. Die Ukraine sagt, er sei an einer Lungenentzündung verstorben. Natürlicher Tod. Laut Informationen seines Vaters, sei Lira, der bereits im Sommer über Folter im ukrainischen Gefängnis berichtet hatte, die medizinische Versorgung untersagt worden. Ein Klassiker. Die unterlassene Hilfe lässt man den unerwünschten Häftlingen langsam sterben. Dokumentiert wird das dann als natürlicher Tod. Auf der ukrainischen Todesliste war Lira auch gestanden. Die Ukraine hat tatsächlich Todeslisten von Journalisten oder Oppositionellen, die sich kritisch äußern. Es gab auch schon immer wieder politische Morde an solchen Leuten. Also das ist in diesem Land tatsächlich ein normaler Vorgang, dass solche Leute dann zu Tode kommen. Für viele seiner Kollegen ist der Tod von Lira aber ein Mord. Lira sei, so die Wahrheit, von der Ukraine für seinen Journalismus umgebracht worden, sagt etwa der prorussische Journalist Simeon Boykow. Glenn Diesen schrieb, er wurde verhaftet und zu Tode gefoltert, weil er das Selensky-Regime kritisiert hatte. Selbst Tucker Carlson hatte den Fall breit diskutiert und versucht, auf die US-Regierung Lira freizubekommen. Das war gescheitert. Also Tucker Carlson, falls ihr ihn nicht kennt, das ist ein konservativer Journalist aus den USA, der bei Fox News rausgeworfen wurde, weil er nicht genug auf Linie war. Finde ich auch lustig. Es ist ein anderer Fall, um den soll es heute nicht gehen. Aber ja, ihr seht, das ist aber nur eine Theorie. Das muss man noch dazu sagen. Das kann man natürlich nicht verifizieren. Wenn es unabhängige Untersuchungen geben wird, dann wird es die natürlich erst geben, wenn das Selensky-Regime irgendwann weg ist. Also diese Regierung, die bringt Oppositionelle um, die sperrt Oppositionelle für 15 Jahre standardmäßig ins Gefängnis. Also sie wird wohl nicht ihre eigenen Untaten irgendwie unabhängig untersuchen lassen. Das wird wohl, wenn überhaupt, erst in ein paar Jahren geschehen. Deswegen ist das hier, wie gesagt, erstmal eine Theorie, die man weder falsifizieren noch verifizieren kann. Im Sommer hatte Lira versucht, die Ukraine zu verlassen. Dieser Fluchtversuch scheiterte. Ich hatte es euch eben schon gezeigt. Dann wurde es still um Lira. Mit diesem Tweet im April 2022 wurde Lira schlagartig weltweit berühmt. Und der ukrainische Geheimdienst holte ihn zum ersten Mal ab. Also hier zählt er halt ein paar Namen auf, die seiner Meinung nach die Wahrheit über das Selensky-Regime zeigen. TKP hatte sich oftmals in Artikeln auf Liras Analysen bezogen. Seine Vorhersagen waren nicht immer eingetreten. In der wesentlichen Sache hatte er aber recht. Die Ukraine könne den Krieg nicht gewinnen. Das ist eingetroffen. Wir sehen es. Die Ukraine führt dort seit zwei Jahren jetzt einen Stellungskrieg. Oder sagen wir es spätestens seit Herbst 2022 ist es ein Stellungskrieg. Seitdem bewegt sich die Front nicht mehr groß. Und ein militärischer Sieg der Ukraine ist so gut wie ausgeschlossen. Naja. Und das ist mehr oder weniger das traurige Ende des Falls Gonzalo Lira. Wie gesagt, gestorben in ukrainischer Haft. Es gibt einige Journalisten, die sprechen hier von einem politischen Mord. Wie unsere Mainstream-Medien über diesen Fall berichtet würden oder ob sie darüber berichtet würden, dazu schreibt TKP nochmal Folgendes zum Schluss. Bemerkenswert ist vor allem, dass der Mainstream den Fall totschweigt. Keine Meldung im ÖR oder eines gut bezahlten Journalisten. Und dass obwohl ein Kollege in einem Land im Gefängnis stirbt, das durch EU-Steuergeld finanziert wird. Also es ist jetzt auch kein Zufall, dass ich hier einen Artikel von Thomas Eusmüller auf TKP genommen habe. Also wenn die Tagesschau dazu was geschrieben hätte, dann hätte ich den Artikel vielleicht auch genommen. Aber da habe ich bis jetzt nichts gefunden. Wer weiß, vielleicht kommen die ganzen Artikel in den Mainstream-Medien noch. Wer weiß, wer weiß. Wir werden uns gleich noch etwas von Jimmy Dore angucken. Aber ich glaube, ja, diese Nachricht, die musste ich einfach mal hier erwähnen, weil das ja wirklich ein krasser Fall ist, wenn ein britischer Journalist, der einfach nur YouTube-Videos gemacht hat, wo er die ukrainische Regierung kritisiert, wenn der festgenommen wird. Also ein US-amerikanischer Staatsbürger dazu, noch kein Ukrainer, sondern ein US-Amerikaner, der ausreisen wollte, nachdem die Regierung gegen ihn vorgegangen wird, an der Ausreise gehindert wird und dann so lange in Haft gesteckt wird, bis er stirbt.